Musik Jo, was geht ab meine Freunde? Selvio hier und ja, es ist etwas sehr, sehr Schlimmes passiert. Ein reicher Schnösel hat es sich getraut, meine Katze zu misshandeln. Er hat tatsächlich meine Katze misshandelt. Und nun, nun ist die Zeit gekommen. Die Zeit der Rache. Wir konnten seine Yacht ausfindig machen. Ganz da hinten ist seine Superyacht. Und ich habe mir ein paar Leute zusammen getrommelt, die mich unterstützen. Und wir werden diese Yacht zum Senken bringen. Wir werden ihn fertig machen. Es geht um meine Katze. Er hat meine Katze misshandelt. So, Sonnenaufgang. Wir sind bestens vorbereitet. Kampfjet, Buzzard-Kampf-Heli und die Hydra. Als wir damit nicht die Yacht zum Senken bringen und somit meine Katze rächen können, dann weiß ich auch nicht. Und gleich geht es los. Wir senken die Yacht. Da unten ist sie. Die Yacht des Schnösels. Er wird bluten. Er wird bluten für das, was er meiner Katze angetan hat. Die Yacht des Schnösels. So, sein Schlauchboot ist jetzt in unserem Besitz. Das Schlauchboot des reichen Schlösels, der meine Katze misshandelt hat. Nun, jetzt geht es los. Angriff auf die Yacht. Wir beginnen mit unserem Granatenwerfer. Versuchen hier ein paar Löcher in die Yacht zu bekommen, damit die Yacht anfängt zu sinken. Doch was ist das? Es passiert nichts. Trotz zahlreichen Angriffen, es passiert nichts. Dann auf geht es mit Haftbomben. Um das Schiff ein bisschen zum Schwanken zu bringen. Und was ist das? Sein Heli. Wir haben seinen Heli zerstört. Ein kleiner Schritt für uns. Um unseren Plan in die Tat umzusetzen. Heli kaputt. Jetzt ist nur noch die Yacht dran. Doch die Haftbomben haben auch keine Wirkung. Auf geht's mit dem Raketenwerfer. Doch es prallt einfach davon ab. Was hat er mit der Yacht gemacht? Es passiert einfach nichts. Probieren wir es einfach mit dem Minigun. Ein Schusslöcher sind sichtbar. Kann es möglich sein? Wird die Yacht sinken? Wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Trotz Angriffen eines Kampfjets, eines Kampfhelis und einer Hydra Die Yacht bleibt stehen. Aber warum? Ist das eine Superjacht? Ist diese Yacht unzerstörbar? Es kann doch nicht sein. Egal. Es wird nicht aufgegeben. Weitermachen. Weitermachen. Immer weitermachen. Es wird nicht aufSamma. Untertitelung des ZDF, 2020